Am 20. Jänner 2018 hat die Türkei eine militärische Offensive auf die kurdische Enklave Afrin in Nordsyrien gestartet. Offiziell wird das damit begründet, dass man eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone einrichten möchte, um die Türkei vor grenzüberschreitendem Terrorismus zu schützen. Heute in Feichtinger Kompakt die türkische Offensive in Syrien. Der Verlauf des Bürgerkrieges in Syrien war wohl das Gegenteil von dem, was man sich in Ankara erwartet hatte. Die türkische Regierung hatte schließlich auf einen raschen Sturz vom Präsident Assad gesetzt. Man unterstützte massiv die politische und militärische Opposition, doch es kam ganz anders. 3,4 Millionen syrischer Flüchtlinge strömten in das Land. Die Türkei errichtete einen Zaun entlang der 800 Kilometer langen Grenze, um ein Überschwappen des Krieges zu verhindern und den weiteren Ansturm von Flüchtlingen unter Kontrolle zu bringen. Das Erstarken der Kurden, die einen Großteil des Grenzgebietes zu Türkei besiedeln, war allerdings nicht aufzuhalten. Insbesondere die PKK, der deklarierte Feind der Türkei, gewann immer mehr an Einfluss und Position. Als Auslöser für die Afrin-Offensive wird daher auch angesehen, dass die USA gemeinsam mit den Kurden die Aufstellung einer 30.000-Mann-Grenzschutztruppe angekündigt haben. Eine rote Linie für die Türkei. Der türkische Vorstoß in den Kanton Afrin, der zu 80 Prozent von Kurden besiedelt wird, stellt militärisch betrachtet die dritte Phase einer größeren Operation dar. Phase 1 war schon im August 2016, als in der Operation Euphrat Schild die Türkei gemeinsam mit lokalen verbündeten Milizen den islamischen Staat aus der Gegend nördlich von Aleppo zurückdrängte. Und dabei ging es primär darum, ein Zusammenwachsen des kurdischen Gebietes zu verhindern. Die Phase 2 ereignete sich im Oktober 2017. Die Türkei brachte eigene Truppen südlich von Afrin in Stellung. Das war mit den stärksten Milizen in Idlib abgesprochen. Afrin war damit in hohem Maße eingeschlossen. Mit 20. Jänner hat nun die Phase 3 begonnen. In der Operation Olivenzweig soll gemeinsam mit lokalen Verbündeten die PKK Hochburg Afrin erobert werden gewissermaßen. Vor allem aber gilt es, einen 30 Kilometer breiten Sicherheitsstreifen einzurichten. Es ist davon auszugehen, dass das mit Russland abgesprochen wurde. Präsident Assad hat dagegen heftig protestiert. Die USA rufen wiederum zur Mäßigung auf. Sie sind ja mit einem Teil der Kurden verbündet. Somit stellt sich die Frage nach einer vierten oder auch fünften Phase dieser militärischen Operation. Der türkische Präsident hat ja mehrfach angekündigt, dass er Anspruch erhebt auf das gesamte Territorium westlich des Euphrat im nördlichen Syrien. Er hat auch angekündigt, seine Truppenrichtung Mambic, das Zentrum in dieser Region, vormarschieren zu lassen. Allerdings, das wird nicht so einfach sein. In Mambic sitzen US-Kräfte und US-Verbündete. Daher ist ein Vorgehen in diesem Raum nur nach Absprachen mit den USA denkbar. Das türkische Vorgehen birgt auch erhebliche Risiken. Es stellt sich daher die Frage nach den möglichen Zielsetzungen Ankaras. Hier wäre zu nennen eine Einschränkung der Autonomie der Kurden in Nordsyrien. Ein Sicherheitsgewinn an der Grenze. Ein aktiver Kampf gegen die PKK, nicht nur im Nordirak und in der Türkei, sondern auch in Syrien. Eine Positionierung in einem Nachkrieg Syrien, um dort eine bedeutende Rolle spielen zu können. Und nicht zu vergessen, eine Rückkehr von Flüchtlingen vom türkischen Territorium. Es lässt sich noch nicht absehen, welche Ergebnisse die Operation Olivenzweig bringen wird. Das hängt nicht nur von der türkischen Risikobereitschaft ab, sondern auch vom russischen Wohlwollen und vom Verhaltenersatz. Nicht zu vergessen die USA, insbesondere dann, wenn es in Richtung Mambic geht. Hier muss ja eine gewisse Einigung erzielt werden können. Allerdings, seit 2016 hat die Türkei klargestellt, dass sie bereit ist, ihre Interessen in Syrien direkt militärisch zu vertreten. Die Operation Olivenzweig ist nur eine Bestätigung dessen. Ișs papers freundlich zu vertreten. Ich glaube, jetzt ist diese Reihe auf einzus Joshua. Ich kaufe Cover! Ich habe eineėj! Und da? Ich habe eine Bemerkung. Ich habe eine Art und Weise gesehen, wie sie beim Wolvenzweig thôi. Und das roku die Liebe ist, wie sie beim Hasan doch saß. Und das ist sehen wie Sie, manchmal der hueVacht. Da ihr thpable ist eincu Potter. Da ist schwierig, wo sie in die Zeit haben. Das einmal ist ja mein Prinzip, der beings読te sie devertrom contextual hat. Vielen Dank.